Gibt es einen Sportler, den Sie unbedingt noch einmal interviewen möchten? Den Sie vielleicht schon mal interviewt haben, aber vielleicht noch nie interviewt haben? Es gibt einige Begegnungen im und um den Sport, die für mich besonders bewegend und bedeutend sind. Ich müsste weit ausholen, um das zu erläutern. Aber ich sage mal, ich weiß um Franz Beckenbauers Verdienste. Ich weiß auch, dass es jetzt Kritik gibt und sich gerichtet damit beschäftigen. Völlig klar und das ist auch richtig so, aber ich weiß, welches Ansehen er in der Welt hat und wie er von Fußballfans in aller Welt gesehen wird. Ich war oft genug dabei, wenn Leute ihn einfach nur mal berühren wollten. Den würde ich nennen, aus der älteren Generation und aus der noch aktiven, sicherlich Dirk Nowitzki. Den habe ich schon interviewt und den wieder zu treffen wäre sicherlich eine große Freude. Was war denn Ihre größte sportliche Leistung? Ich wollte den Marathon laufen unter vier Stunden. Und ich habe vier Stunden und acht Minuten gebraucht und erzähle seitdem, dass ich in drei 68 gelaufen bin. Also für mich irgendwie gefühlt unter vier Stunden.